Was geht, Freunde in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Das könnte bis jetzt die verrückteste Welt sein, in der wir gelandet sind. Ich finde es echt schön hier. Mir kommen sogar die Leute bekannt. Würde ich auch schön finden, wenn ich so ein Schwert in der Schulter hätte. Hey, kennst du mich noch? Ich habe mal deine Hühner gerettet. Alter, schau mal der Mond. Heilige Fresse! Ich mag die Musik. Echt funky. Das Schicksal meint es nicht gut mit dir, oder? Wer ist der kleine, gruselige Mann? Und er trägt dieselbe Kleidung wie wir. Oh nein, ist er einer von uns? Das ist das traurigste Häufchen Link. Eigentlich ist er ja... Wie soll man das nennen? Jemals gesehen... Er hat mich angerotzt! Ich lasse mich kurz ein bisschen abstechen! Du verstehst das falsch, mein Freund. Lass mich ihn ein bisschen abstechen. Genau. Ich glaube ja, dass sie sich in dieser Welt so begrüßt. Hallo, mein kleiner Totem-Freund. Wir kommen in Frieden! Oh, er mag mich! Was? Du magst mich auch! Oh, du glaubst gar nicht, wie sehr. Ich will dir auch meine... Oh mein Gott! So hat man einen Grund, jemanden anspucken zu können. Zuneigung zeigen! Oh, Brüder! Liebe erfüllt mich mit Glück! Jetzt muss ich weinen! Ihr kleinen Vollidioten! Ihr habt keine Ahnung, wo ihr uns hier reingeritten habt! Pass auf, was du sagst, du Stück Holz! Leg dich nicht mit uns an! Wir sind die Helden von Hyrule! Ich bin Link, Held des Windes! Ich bin Link, der Held der Legende! Ich bin Link, Held der Wildnis! Rau! Held der Wildnis... Na gut, okay, ja... Und ich bin Link, der Held der Zeit! Und das ist Bobby! Ich weiß, wer ihr seid! Ihr seid ein Haufen Trottel! Okay, ich hab genug von dem... Das sagt der Baumsturm! Geil! Willst du tanzen, kleiner Mann? Ja! Wäre es eigentlich nicht sinnvoll, als sich um Dämonen zu kümmern, statt das Sinus rumzukämpfen? Oh, er kann sich transformieren! Krasser Tisch! Bleib die Geku, Freunde! Ich mich schätze! Hääääääääääääääääääääää! AAAAAAA! Kuh! 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 Das ist noch nerviger als mein Kampf gegen Dark Link! Wer zum Teufel bist du? Ich bin du! Aus der Zukunft! Was? Das macht keinen Sinn! Ich hab keinen Bock... Woll ich grad sagen, irgendwie macht das keinen Sinn, oder? Den Plan von zwei Spielen zu erklären, wenn du's nicht glaubst, check Zeldapedia oder sowas! Ach so, okay. Doch Fakt ist, ich bin erfahrener, fähiger und cooler als jeder einzelne Faktor! Von euch! Auf keinen Fall! Oh, wir haben keine Zeit für diesen Schwanzvergleich! Jede einzelne von... Aber Zeit sinnlos rum zu kämpfen! Euren Welten ist in Gefahr! Wieso? Ihr habt unsere Zeitlinien verwirrt! Endliche Portale zu öffnen! Glaubst du, du bist der Einzige, der durch die Dimensionen reisen kann, jedes Mal, wenn du die verfluchte Ocarina spielst? Warte! Meinst du, äh... Ohhhh! Scheiße, Ganon! Ja! Ein Ganondorf, der durch die Zeitlinien reißt, ist gruselig genug! Allerdings wäre das alles nur halb so schlimm, wenn ihr nicht in diese Welt gekommen wärt! Warum? Wegen Majora's Maske! Schon ein simples Horror-Kit hat mit Hilfe dieser Maske dieser Welt fast den Untergang gebracht! Aber wenn Ganon sie in die Finger bekommt, wird die Welt, wie wir sie kennen, ausgelöscht! Und dank euch trotteln, nicht nur hier, sondern auf jeder existierenden Zeitachse! Wie können wir verhindern, dass Ganon die Maske findet? Gibt's nie wieder ein Zelda-Spiel? Oh nein! Das ist passiert, während ich alles erklärt hab! Also, da weiß man echt nicht mehr, was man zusagen soll! Du, Spaß zum Fe... Sorry! Ich hör nur so gern meine Stimme! Oh, Mann! Ja, diese unbegrenzte Macht! Ich hab so viel Macht, dass die Macht aus meinen Nippeln schießt! Ähm, was? Au, Mama! Ich glaub nicht, dass das Macht ist! Wir sind Highlight! Und wenn wir zusammen wollen, können wir alles besiegen! Du hast recht! Wir sind stark! Wir haben den Mut! Wir sollten es versuchen! Ich hab keinen Bock auf den Scheiß! Macht ihr euer Heldending? Ich mach'n Nickerchen! Ah! Das ist gut! Okay, lass uns das Scheißding töten! Boah, der hat das bestgeschwert der Welt, Alter! Das Volumen! Ja! Das war eine Scheißidee! Ich hatte nie die Chance auf Netflix und chillen mit Zelda! Oh nein, lass den nicht widerspielen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich habe wirklich viele Versuche! Aber ich will nicht sterben! Erneut! Diesmal benutze ich antike Pfeile! Ein Tod später! Okay, das war's mit dem schicken Fall! Oh Mann! Ich habe Gott getroffen! Versuchen wir's erneut! Zeugen wir! Ich werd dir diesen Stab ganz tief in den A- Zehn Tote später! Ey, was spielen die hier, Alter? Ist das immer noch Zelda oder spielen wir hier schon Elder Scroll? Ich kann mein Leben nicht mehr an mir vorbeiziehen sehen! Ich hatte so ein leihweiliges Leben! Ey, ey, doch! Ne, mal trafst du uns! Ne, mal trafst du uns! Wir sind abgefahrene Helme! Ja, die sind schon total marisch, Alter! Wenn ich mal sterbe, verliere ich meinen Verstand! Ich fang an, es zu mögen! Bäh! Wer mag's nicht zu sterben? Ich habe es nicht zuzugeben, aber wir sind zu schwach! Wer nennst du hier bitte schwach?! Hauen wir ab, solange wir's noch können! Trainieren und werden stärker! Ich würde gern stärker werden! Ich will einfach weg! Was willst du mit Zelda schon groß trainieren? Es gibt nicht mal ein Level-System! Ich weiß, wo wir hin müssen! Das einzige, was du machen kannst, ist eigentlich mehr Herze sammeln und bei den Neuen halt mehr Ausdauer! Fertig! Wobei ich auch schon Videos gesehen habe, dass es mit nur vier Herzen möglich ist, bestimmte Dinge zu machen, die eigentlich dafür nicht vorgesehen waren! Naja! Spiel der Root Samstorm! Ja und ich denke, man kann auch den Endboss bestimmt mit nur mit maximal vier Herzen oder was hat man? Maximal vier oder fünf? Besiegen! Wenn du halt gut in Ausweichen bist und dich gar nicht treffen lässt, ist das eigentlich bestimmt auch möglich! Das ist der Anfang von allen! Ach man! Junge, war das eine geile Folge! Ich hoffe, die hat euch so gefallen wie mir! In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus! Ofrom damit! Alles... Anyje? Eins... Zweiknallen! root Bis zum nächsten Mal.